Guten Abend, wir schreiben Dienstag, den 7. April 2020 und heute hat die Regierung erneut über die aktuelle Situation in Sachen Coronavirus informiert. Per Stand heute sind im Lechtenstein 78 Personen positiv auf das neue Virus getestet worden. Drei Personen davon sind noch im Landesspital, aber niemand auf der Intensivstation, wie heute der Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini erklärte. Insgesamt haben wir bis jetzt 1'000 Tests im Lechtenstein durchgeführt. Von diesen 78 positiv testeten Personen sind mittlerweile gemäss der Regierung 55 Personen wieder gesund. Somit ist die Zahl der noch als krank geltenden Leute auf unter 20. Also grundsätzlich positive Zeichen. Auch die Kurven flachen ab, so wie in Österreich, auch in der Schweiz. Und das stimmt optimistisch. Doch der Gesundheitsminister Mauro Pedrazzini sagt... Und man wäre fast geneigt zu sagen, ja das war's jetzt, aber das war's eben nicht. Wir sehen insgesamt unsere 77, 78 Fälle, die wir gemessen haben. Auch wenn wir von einer großen Dunkelziffer ausgehen, sagen wir Faktor 10, dann hätten wir kaum 800 Personen in diesem Land, die dieses Virus schon bekommen hätten. Also weit entfernt von einer herden Immunität. Das heisst, Lichtenstein ist auch heute, nach diesen paar Wochen, wo wir die Infektionen gemessen haben, auch heute noch sehr anfällig, sehr empfindlich auf eine Neuausbreitung, auf eine zweite Welle. Doch alle interessiert es im Moment natürlich, wer geht es weiter? Konkret hat die Regierung heute zum Plan noch nichts gesagt. Man würde sich aber bei diesem Fahrplan von dem Ausstieg ganz klar an der Schweiz orientieren. Warum man kein eigenes Zeug fahren kann, hätte der Regierungsrat Mauro Pedrazzini so erklärt. Der erste Grund ist, wir haben offene Grenzen zur Schweiz. Wenn wir hier anfangen, Geschäfte zu öffnen, die in der Schweiz noch geschlossen sind, dann werden wir hier einen Einkaufstourismus erleben, der nicht nur die Menschen, viele Menschen nahe zusammenbringt, sondern eben auch die Gefahr einer Einschleppung neuer Erkrankungen darstellt. Der zweite Grund ist das schweizische Epidemiengesetz, das über den Zollvertrag in Lichtenstein anwendbar ist. Und hier haben wir gewisse Verpflichtungen. Wir müssen uns im Gleichklang mit der Schweiz bewegen, zumindest bei den wesentlichen Massnahmen. Der dritte Grund ist, dass wenn wir schwere Erkrankungen haben werden, dann werden wir die Schweizer Intensivstationen in Anspruch nehmen müssen. Und wir möchten uns in diesem Moment nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir weniger sorgfältig waren in der Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit als unsere Nachbarn. Im Lichtenstein hat man alle Massnahmen mit Enddatum am 30. April vorläufig definiert. Ausser den Schulschliessigen. Dort hat die Regierung bisher festgelegt, dass die Schulen am 27. April wieder offen gehen sollen. Daran hat man heute, zumindest was die Beschlüsse der Regierung anbelangt, noch nichts geändert. Ein bisschen hart schauen lassen hat man die Regierung heute aber trotzdem, wie es um Farben aussehen sollte bzw. wo schon konkrete Ideen rum sind. So werden die Restaurants sicher auch über den 30. April ausgeschlossen bleiben bzw. Massnahmen gesetzt. Ebenfalls verlängert wird sicher das Veranstaltungsverbot. Wie lange und für wie viele Personen ist es noch offen? Österreich zum Beispiel hätte gestern die Veranstaltungen bis mindestens Ende Juni verboten. Und auch, dass wir unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken müssen, insbesondere auch die Risikogruppen, wird gemäss dem Regierungsrat Mauro Pedrazzini über den 30. April ausgelten. Was auch vielleicht eine Auswirkung hat, ist das Grenzregime, das Österreich gestern beschlossen hat. So bleiben die Grenzen zu Österreich neu bis mindestens am 27. April geschlossen. Offen sind die Grenzen nur, wie weit wie bisher schon, für Grenzgänger und den Warenverkehr. Das gilt übrigens auch für die grünen Grenzen, hat man heute noch einmal ausdrücklich betont. Also schauen wir darauf, was der Schweizer Bundesrat entscheidet. Und dann kennen Sie zumindest in den groben Zügen auch, was das für leichtenste bedeutet. Die Bildungsministerin Dominik Kassler ist heute noch einmal auf die Osterferie eingegangen. Denn ab heute werden offiziell Osterferien für alle Schüler im Land. Es werden aber sicher aussergewöhnliche Ferien in dieser Zeit. Und gerade für Familien, die nicht viel Wohnraum zur Verfügung haben und allenfalls noch ein Elternteil oder beide Elternteile im Homeoffice arbeiten, kann die Situation auch zu einer Belastung werden. Aus diesem Grund sind alle Ansprachpartner in der Schule und bei den Ämtern, beim schulpsychologischen Dienst usw. auch über die Ferien im Dienst. Und genau darum bieten die Schulen auch ein freiwilliges Programm über die Ferien an. Das Programm soll nicht zum Lernen, sondern eine Hilfestellung zur Tagesgestaltung sein. Und die Bildungsministerin Dominik Kassler hat sie heute auch direkt an die Schüler gerichtet. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte ganz kurz die Pressekonferenz auch nutzen, um mich mit ein paar Worten an euch persönlich zu richten. Ihr habt ab heute offiziell Schulferien. Ihr werdet aber diese Osterferien infolge dieser Covid-Pandemie, die derzeit die ganze Welt einen Rechtsstock verändert, anders verbringen vielleicht, wie ihr es mit eurer Familie geplant habt. Es sind nämlich derzeit besondere Zeiten. Um euch diese Zeit interessant und kurzweilig behalten zu können, haben eure Schulen für euch ein freiwilliges Angebot geschaffen, das ihr nutzen könnt, wenn ihr es möchtet. Hin wie her wünsche ich euch aber von ganzem Herzen eine schöne Osterferie. Ostern wird also für uns in mehreren Hinsichten zur Bewährungsprobe. Es ist gemäss der Regierung entscheidend, dass wir uns Konsequenzen weiterhin an Massnahmen halten, auch wenn Ostern ist. Es gibt also keine Verwandtschaftstreffen und auch keine andere Traditionen, die wir feiern könnten, ausser in den eigenen vier Wänden. Zudem hat die Regierung heute auch darum gebeten, dass man keine gefährlichen Wanderungen machen oder durch die Töfe fahren geht. Das darum, weil man sonst die Hilfsorganisation oder die Rettungskräfte wieder in Schwierigkeiten bringen könnte. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, bis Ostern ist. Und ihr könnt euch überlegen, wie wir die Ostern zu Hause feiern wollen. Darum überlegt man euch am besten heute schon, von wem man es mit dem Ostern-Menü zum Beispiel liefern lässt oder wie man sonst den Tag versüsst. Tipps findet ihr jeden Tag im Vaterland oder auf lichtenstein.ly.com. Und morgen geht es schon wieder rund. Am Morgen, am 9 Uhr, trifft ihr den Landtag im Verdutzersaal zur zweiten Sondersitzung. Dort geht es hauptsächlich um die Verbesserungen im Wirtschaftspaket. Aber die Abgeordneten können auch allgemeine Corona-Fragen an die Regierung stellen. Das dürfte für alle interessant sein, zumindest zu antworten darauf. Ihr könnt das wie alle auf Vaterland.ly natürlich live mitverfolgen. Und am Nachmittag gibt es mal etwas, was nichts mit Corona zu tun hat. Der Regierungsstift-Stellvertreter Daniel Riesch würde am 4. das Mobilitätskonzept vorstellen. Auch das gibt es natürlich live bei uns. In diesem Sinn bis morgen. Heben die Sorge und bleiben gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.